Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Lettschott. Und damit ein herzliches Willkommen zum Geflatter im Kopf. Die Schmetterlinge fließen wieder herum. Und zu Gast heute mal ausnahmsweise, der fantastische Fußball-Experte, deutschlandweit bekannt durch seinen Abseits-Fußball-Podcast, Steffen Herdlein. Vielen Dank, vielen Dank. Das zu Recht, das zu Recht. Das zu Recht, ja. Und das zu Recht. Das ist ein tolles Podcast. Also der müsste eigentlich schon viel mehr durch die Decke gehen. Aber ich denke mal, durch Schmetterlinge im Kopf wird da jetzt ein Hype kommen. Da wirst du dich auch gar nicht mehr... Spätestens jetzt muss es soweit sein. Und ich freue mich sehr, den heutigen Gastgeber begrüßen zu dürfen. Den Star dieses wunderbaren Podcasts Schmetterlinge im Kopf. Was hatte ich vorbeiratet? Ich hatte irgendwas vorbereitet. Lass mich kurz nochmal überlegen. Er ist die süßeste Versuchung, seitdem es weiße Schokolade gibt. Bitte Applaus für dich. Ach, ich bin die überleitet. Das war ja Rassismus pur. Wieso? Ja, aber das sind schon, oder? Na ja, weiße Schokolade. Das war doch nicht nötig. Muss man da denn unbedingt sagen, dass sie weiß ist? Ja, wegen dem Geschmack. Ach so. Das hat nichts mit der Farbe zu tun. Wegen des Geschmacks. Wegen dem Geschmack. Man weiße, ich kann das nie auseinanderhalten. Und man muss dazu sagen, ich arbeite heute unter extrem widrigen Bedingungen. Nicht, dass der Herr Ledger Odenwald ist. Nein, ich sehe ihn jetzt auch im Moment. Ja. Der Aufnahme leider nicht. Das heißt, ich sehe quasi mich. Ich gucke mir zu beim Podcasten und höre den Ledger diesmal nur Akutklick. Ja, und das Schöne ist, ich sehe dich und ich dachte, mein Notebook hätte eine Kamera. Hat es aber nicht. Warum ich das nicht weiß, weiß ich nicht. Und meine Webcam, nee, eigentlich hätte ich es wissen müssen. Naja, sei es wie. Meine Webcam habe ich nicht eingepackt. Und Felix lässt sich sehr entschuldigen und wird das nächste Mal wieder dabei sein. Jawohl, sehr gerne. Die haben jetzt noch ein bisschen Family-mäßig was vor und räumen auf und ach na ja, all so Sachen. Und genau, dann müssen wir beide talken. Ich bin ehrlich gesagt heute, weil ich ja wirklich im tiefen Odenwald bin, ich bin bei ungefähr knapp 600 Meter über normal. Wir hatten hier vorgestern einen ziemlichen Schnee auf der Tromm, wer das nicht kennt, Waldmichelbach. Und bin hier auf Seminar, weil ich habe mir natürlich die Chance nicht entgehen lassen, mit dem wunderbaren Steffen einen Podcast zu machen. Und ganz wichtig ist auch, ab jetzt bitte schon Konzentration nicht verwechseln. Also der Odenwald ist nicht tief im Lettschart, sondern umgekehrt. Einfach nur, dass man es schon mal so ein bisschen jengangmäßig schafft. Bitte. Odenwald weg. Ohne Vorsorge, aber gar nicht. Ja, so ein bisschen, das war ein bisschen platt. Aber das heißt für die YouTuber, also ihr könnt es auch einfach akustisch ablaufen lassen. Ihr werdet es jetzt nicht mehr sehen als mich. Und das ist bei aller Bescheidenheit jetzt eher unspektakulär. Das heißt, gerne auf den Podcast konzentrieren. Es wurde schon gefragt im YouTube-Kommentar, wann denn der nächste Podcast von uns käme. Und da habe ich jetzt heute gar nicht geantwortet, weil, naja, ich kann es jetzt leider erst am Donnerstagabend oder Freitag hochspielen. Aber wer auch immer das hören mag, dem sei gesagt, auf Abseits YouTube und allen anderen Podcast-Kanälen findet man es auch. Man muss nicht auf Schmetterlinge im Kopf gehen. Aber das heißt, bei deinem YouTube-Kanal Schmetterlinge im Kopf wurde das kommentiert, wann die nächste Folge kommt? Da wird kommentiert, ja. Ach guck, oder hast du selbst geschrieben? Nein. Ja, ich habe so drei Fake-Profile. Da stelle ich mir selbst immer Fragen. Die nächste Frage, die ich stellen möchte, die wird sein, hey, yo, hast du ein Sprachtraining gehabt, weil du so eine tolle Stimme hast? Oder bist du von Geburt an so ein geiler Typ? Und dann werde ich antworten, vielen Dank fürs tolle Feedback. Beschämt-Smiley gibt es den. Oder so Kicher-Smiley. Aber du verwechselst mich bestimmt mit Stefan. Nein, nein, nein. Und dann kommt direkt danach, kommt, sag mal, sorry, dass ich dich auf dem Weg frage, aber bist du eigentlich Single oder vergeben? Und dann werde ich sagen, du, ich bin Polyamor. Und dann fragst du dich selbst, was heißt das jetzt? Also es gibt wahnsinnig viel zu tun auf deinem Kanal. Ja. Was guckst du denn da? Tippst du auf deinem Handy rum? Nein. Ein Hund im Büro? Ein Hund im Büro? Nein, ich wollte jetzt nochmal ganz kurz, oder hast du das gerade, du hast ja kein Internet im Odenwald. Entschuldigung, wir sind doch hier. Ich wollte ganz kurz mir den Kommentar anschauen, beziehungsweise den vorlesen. Ja. Aber ich finde ihn gerade nicht. Und das erschüttert mich, warte mal. Ist doch dein Podcast, unterhalte mal die Leute jetzt. Ja, na gut. Also ich kann ja... Warte mal, zwei Kommentare. Ah, nee, die Frage war von Equia 2009, vor zwei Tagen. Wie schön, gibt es das auch mal im Livestream? Ja, genau, das war die Frage. Ah, fast, war fast. Ja, das war die Frage. Nee, es gab von selbigem User noch einen anderen Kommentar. Wahrscheinlich müsste ich ihn sogar kennen, aber hinter diesen Avataren, ich kann mir das nie merken. Und wenn dann irgendein Bild, das denjenigen oder diejenigen nicht zeigt, drin ist, weiß ich es halt einfach nicht. Genau, Livestream, das fand ich sowieso eine ganz, ganz nette Idee. Kann man ja auf YouTube machen und kann es irgendwie trotzdem. Also wir kümmern uns mal drum. Ja, ja. Ich schaue mal, ich schaue mal, wie das geht. Ich bin da ja so ein bisschen dauig. Nee, stimmt eigentlich gar nicht. Ich mache ja auch Webseiten und so, aber mit YouTube. Ja, Gott. Genau, und ich kam jetzt gar nicht so sehr zum Vorbereiten, aber ehrlich gesagt, es gibt ja wirklich, die Themen liegen ja derzeit auf der Straße. Die Frage nach Harald Schmidts Impfstatus, nach wie vor nicht geklärt. Was Julian Reichelt macht, nach wie vor nicht geklärt. Da gibt es ja nur Mutmaßungen, die er selbst irgendwie in die Welt setzt. Den Impfstatus von Djokovic, endlich geklärt. Endlich geklärt. Bin ich froh. Freue ich mich. Also ich kann das alles nur, kann nur Kopf schütteln daneben stehen, Kopf nicken daneben stehen und sagen, unerhört. Für mich hat natürlich auch die Frage, wenn das Leben von Reichelt verfilmt wird, wäre es der Hauptdarsteller natürlich Harald Schmid. Selbstverständlich. Alles andere wäre ein Skandal. Ja. Entschuldigung. Er hat ja auch so viele Haare auf der Brust. Julian Reichelt ja auch. Ja. Habe ich gesehen in der Bilddokumentation auf Prime. Und er zeigt es auch immer voller Stolz. Ja, das ist so ein... Priest und Wuchert. Der Reichelt ist so ein... Punkt, 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 R. Also er ist es... Ja, angeblich ja nicht. Er sagt zwar ja alles zu. Ach so. Ja, genau. Das war der Julian Reichelt, für die, die es nicht wissen. Also war lange Zeit lang der Chefredakteur, also der Big Boss. Nicht CVD, sondern noch eins drüber. Also der richtige Chef. Chefredakteur sagt man, glaube ich. Genau. Nee, ja doch. Chefredakteur. Also auf jeden Fall ein ganz, ganz hohes... Also genau, Chefredakteur. Ja, von BILD und BILD.de und BILD der Frau und BILD Sport und was es alles gibt. Und aufgrund von Recherchen, ich glaube, ursprünglich von der New York Times initiiert. Ich glaube, die haben damit angefangen. Warum? Was auch immer die bei uns... Also sei es wie... Und genau, dann haben die halt rausbekommen, dass es da so ein bisschen... Sexismus. Knusper, 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 knäuschen. Ja. Und vor allen Dingen, aber war es, war es, war es also einvernehmlich oder war es beleidigend? Also war es quasi, dass, dass Frauen vor versammelnder Mannschaft irgendwie diffamiert wurden? Also ich sag mal, ich sag mal so, egal wer jetzt Chefredakteur unter anderem von BILD.de ist, zu schreiben, dass ein Blowjob mit Aufnahme für Frauen gar nicht so schlecht ist, weil sie da auch Vitamine aufnehmen. Ich finde, sie hätten bei Juli an Reichen schreiben können. Ich habe nie Gegenteiliges gehört. Also... Ja, ich auch nicht, aber muss man es denn schreiben? Also... Das hat er gesagt bei den Damen, oder was? Nein, das steht bei BILD.de. Also der Wechsel der Chefredaktion hat wirklich nichts gebracht. Ich bin so dankbar für meinen BILD Plus Account, das muss ich in aller Deutlichkeit sagen. Hast du? Nein! Ach, schade, weil ich konnte leider die Antwort nicht lesen. Es war nur im Teaser, waren Vitamine, glaube ich, als Grund für Blowjob mit Aufnahme. Also ich will, bitte jederzeit ankommen, vorbei, probier es persönlich aus. Und guck, wie die Antwort noch wird. Okay, hast du noch Themen? Hast du sonst noch? Sonst können wir ja für heute auch... Ja, also... Sag mal ganz kurz, als Teaser für... Ja, ist ja nur, in Anführungszeichen, Fußball. Handball hört man ja im Moment ganz viel. Da haben ja Leute Corona. Aber so als Teaser für euren Podcast. Was gibt es denn an Fußball so Highlights? Ja, man versucht natürlich... Also genau, beim Absatz-Podcast ist es ja ein spezieller Fußball-Podcast. Und man versucht natürlich so ein bisschen, dass es nicht immer so Corona-lastig ist. Das ist es sowieso schon. Aber dass man sich vielleicht auch mal auf Sachen konzentriert. Also wir hatten jetzt zum Beispiel die FIFA-Wahl zum Weltfußballer des Jahres, beziehungsweise Trainer des Jahres. Ja, endlich ist er es gewartet. Ja, genau. Da wurde es dann Levi Lewandowski und der Tuchel der Trainer. Und also zum einen schön Tuchel, weil es war erst Klopp, dann nochmal Klopp und jetzt Tuchel. Also zwei deutsche Trainer. Die Stadt Mainz freut sich natürlich. Jetzt war es beim Lewandowski aber so, das ist ja anders als bei anderen Wahlen ist es da so, dass Journalisten und Mitspieler oder Gegenspieler entscheiden. Unter anderem, so wie ich es jetzt verstanden habe, auch der Messi, der eine Stimme hatte, aber dann Lewandowski nicht gewählt hat. Was wiederum die Medien irgendwie dazu gebracht hat, sich da tierisch drüber aufzuregen, zu sagen, ja, irgendwas ist immer. Also genau, das heißt, wir versuchen natürlich so ein bisschen uns das anzuschauen. Ist der Messi denn geimpft? Ja, da geht es ja schon weiter. Ah, ich glaube eben nicht. Nicht, weil er hat irgendwie in Argentinien, gab es vor ein paar Wochen eine Party. Und das sah auf Fotos aus, als wären viele da sehr, sehr entspannt mit diesem Corona-Thema. Und dann hat er es auch bekommen. Der Messi hat dann mit seiner Frau gefeiert, hat sich mit irgendwelchen DJs ablichten lassen, unmaskiert. Und dieser DJ hatte es dann und dann hat es der Messi ein paar Tage später auch. So schaut es aus. Ach, jetzt siehst du aber mal, jetzt siehst du aber mal, ne? Und in der Sonne. Soll in die Downing Street gehen, da kann man das schon unbescholten machen. Ja, übrigens wollte ich ganz kurz noch das quasi abschließend zum Thema Reichelt noch sagen. Und der hatte jetzt dieses Interview, ich glaube in der FAZ war es, und hat gesagt, er startet jetzt ein neues Portal. Und er ist im Gespräch mit vielen klugen Köpfen, die da mitwachen wollen, von links und von rechts und von der Mitte. Und das Ding ist jetzt, dass er da quasi, also er hat noch nicht aufgegeben, sondern macht jetzt quasi irgendwie was Eigenes. Ja, auf Servus TV auf jeden Fall nicht. Da hat er es nur gesagt, glaube ich, ne? Servus TV war es, oder? Irgendwo hat er doch ein Interview gegeben. Ich glaube auch bei der FAZ, oder? War das nicht da? Ach, man weiß es schon wieder nicht. Der ist ja Jack of all trades, wie wir sagen. Oh, was heißt das denn jetzt? Hans Dampf in allen Gassen. Ja, ja. Ich gucke gerade mal, ich gucke, ich recherche, ich mache mal live Recherche. Ich recherche wieder mal. Ich mache mal live Recherche. Genau, also das ist natürlich jetzt das große Thema, dass man dann sagt, irgendwie, also wenn sich jemand ein bisschen für Nachrichten interessiert und für all das, was da so passiert ist. Natürlich hat man es nicht durch die Bild mitbekommen. Genau, Servus TV. Den Mantel des Schweigens drüber getan, wollte natürlich nicht, dass das, also und leider ist es dann tatsächlich so, das muss man halt auch sagen, also wenn, das muss man halt, also irgendwie dann doch der Bild so gut hat, weil so ein Skandal, und es war ja ein krasser Skandal, wird natürlich bei Stern, Fokus und Spiegel einfach seriöser behandelt, aber dann auch nicht so hoch und heiß gekocht. Und wenn die Bild über sowas berichtet, die schreien natürlich ohne Ende. Das heißt, ich finde, dieses Thema hätte ruhig noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Also der ist relativ schnell, wie ich finde, wieder da und relativ schnell wieder mit einem neuen Projekt am Starten, hat da Supporter, wo ich sage, ja, also ich glaube schon, dass er ein ziemlich schmieriger Arsch ist und dass er jetzt irgendwie wieder, also ich hätte ruhig noch ein bisschen mehr Abstinenz irgendwie. Naja, aber ich sage mal so, so wichtig kann es dann ja allen Beteiligten auch wirklich nicht gewesen sein und scheinbar war er als, ja nicht Bauernopfer, aber er als Rausschmiss ja, damit war ja scheinbar Mission accomplished, weil wenn es da jetzt ja wirklich zu justiziablen Handlungen gekommen wäre, dann hätte das vermutlich auch mehr Aufschrei gegeben. Also ich finde, das Ganze ist nicht ganz so glaubwürdig und ehrlich gesagt tut es auch so eine Debatte und es gibt ja nun tatsächlich Übergrifflichkeiten in der Geschäftswelt und so einer Debatte tut es wirklich nicht gut, so ein Thema aufzukochen, um dann mit seinem Rausschmiss zu erledigen. Also das ist, also viel, viel heiße Luft, es sei denn, ja, also ich finde, es ist etwas viel heiße Luft. Ja, aber andererseits, wenn du ihn nicht rausschmeißt, dann hast du da wieder dieses Palabra und die Diskussion, warum und was hat der Reiche, und wer das eine Frau, also im Endeffekt musst du, um das Ding schnell zu beenden, musst du ihn raus, weil man muss sagen, das hat keinen Sinn, da liegt jetzt gerade zu viel auf dem Tisch und die anderen irgendwie lecken sich schon die Finger, deine Reputation ist erledigt. Und wenn du irgendwo auftauchst, dann bist du nicht der Reiche von der Bildung, das ist schlecht fürs Blatt und so weiter und so fort. Also ich wollte mal fragen, das hatte ich mir als erstes Thema aufgeschrieben, ich baller jetzt einfach mal so raus und bitte unterbrech mich, wenn du was... Unterbrech, unterbrech mich heißt das. Unterbrech mich, ja. In Frankfurt, man sagt, unterbrech mich. Ja, imperativ wird mit I, ah, du meinst unterbrech ich. Ja, ich muss doch nicht kosten, ich meine unterbrech. Ja, jetzt mal nicht, ne? Also, ja, also hier so... Bisschen mehr kommt dann aus. Ja, man ahmt ja keine schlecht deutsch sprechenden Menschen nach. So ist es. So, also, ich will dich nicht mehr unterbrechen jetzt. Dankeschön. Also, ich habe als Thema Nummer eins Steinmeiers zweite Amtszeit, beziehungsweise Nachtigall, ihr hört jetzt rapsen. Also, ich finde, das Amt des Bundespräsidenten ist für mich so das zweitunwichtigste. Ich hätte einen Zehnern-Trohletten können. Ja, es ist, ich muss es wirklich sagen, da wird ein Bohai gemacht. Ich finde, Frank-Walter Steinmeier ist wie, ja, viele Bundespräsidenten vor ihm eine Windmaschine der Glückseligkeiten. Ja, hat sich ja mal ein bisschen aus der Deckung gewagt, als er jetzt mit Corona-Leugnern diskutiert hat. Ja, haben sie jetzt auch gesagt, zwar war nicht allzu freundlich von ihm. Aber ansonsten, ich will mal sagen, müssen wir bedenken, dass diese Zeit meiner Schwere für... und so weiter und so fort. Aber Steinmeier klingt, glaube ich, auch ein bisschen nach Schröder, oder? Ja. Das ist ein bisschen der Schöster-Schröder-Imitator. Ach, der hat so ein Diplomatensprech. Also, ich finde, er ist an Unwichtigkeit schwer zu überbieten. Davor war der Gauck, ja, ach, der hat ja immer noch mehr Freiheit. Der hat immer mehr Freiheit. Ich fand den Herzog, den fand ich gut, das war eine Marke. Aber liegt es dann am Steinmeier oder liegt es am Amt? Ja, wahrscheinlich an beidem. Also, ich finde den Steinmeier fürchterlich nichts sagen. Das ist halt ein Berufspolitiker und das ist er halt als Bundespräsident auch. Und ehrlich gesagt, ach Gott, er tut ja keinem was. Also, von mir aus, ich finde es cool, dass die Linken da diese Situation genutzt haben, um, was sie ja schon mal getan haben, jemand mit dem Butterwege, heißt dieser, glaube ich, den sie davor nominiert hatten, der auf soziale, zu Recht auf soziale Ungleichheiten aufmerksam, macht, natürlich weiß, dass er nicht gewählt wird, aber eben zwei, dreimal ins Fernsehen kommt, um zu sagen, Leute, wir diskutieren hier über wirklichen Bullshit. Wir haben Leute in einem Reich der reichsten Länder der Welt, die, ja, nicht verhungern, aber denen es scheiße geht und so weiter. Das fand ich eigentlich einen klugen Schachzug, dass der Steinmeiers wieder wird, war klar. Die CDU hat ja keinen. Naja, die wollten sich jetzt auch nicht als schwarzer Peter da gerieren. Und ich finde es auch okay, wenn man ihn wiederwählt. Mein Gott, dann hast du viel Geld mit Sitzungen gespart und hebst halt einmal die Flossen. Wahrscheinlich wird irgendein Travestie-Künstler wieder in dieser Vollversammlung sein. Da wird sich die Presse da wieder draufstürzen und sagen, guck mal, wie vielfältig wir sind. Ja, ich finde das ein bisschen farsig, diese ganze Wahl. Und ich finde, ehrlich gesagt, was der Steinmeier so sagt, ja, das wird halt jeder in so einer Situation sagen als Bundespräsident. Also von ihm kommt nichts Überraschendes. Insofern, ich finde ihn sehr blass, in diesem Amt als Außenminister Ziemzigs Diplomatie zu zeigen. Ich finde, er könnte in dem Amt, und da hat der Gauk ja schon ein bisschen mehr Chuzpe gezeigt, er könnte da auch ein bisschen mehr Profil zeigen. Aber ich finde es auch, ehrlich gesagt, unwichtig. Also das Amt an sich sicherlich nicht, aber sind wir ehrlich. Ich kann es tatsächlich ja zu 1.000 Prozent unterschreiben. Ja, ich glaube auch dieses, also so wie er es ausübt, wirkt dieses Amt wirklich komplett, wo er sagt, wer braucht das denn? Also, weißt du, ist das Kunst oder kann das weg? Also dieses Amt Bundespräsident, wo er sagt, ja, also ich könnte jetzt auch die letzten vier Jahre, Also ich war so erschrocken, was? Ich dachte, das ist deine erste Amtzeit, die er jetzt irgendwie, zweite Amtzeit ist ja schon vier Jahre. Und du sagst, was hat denn der bis jetzt? Also irgendwie, also ich sag's wirklich mit Respekt und Verlaubnis, dann hast du so ein bisschen dieses, dann hält er eine schwere, tiefgründige Rede irgendwie bei irgendeinem Holocaust-Denkmal und dann irgendwie Tag der Deutschen Einheit und so und dann, aber ansonsten hast du, wo ist er denn jetzt? Also genau, zeig doch oder nutz doch die Chance und gib diesem Amt ein bisschen mehr Profit. Und wann, wenn nicht jetzt bei so einer irgendwie weltweiten Pandemie, irgendwie Corona, Omikron, Impfbefürworter, Impfgegner, dann komm doch jetzt auf die Matte und sag was. Und jetzt bist du doch, also du hast doch vermeintlich eine der wichtigsten Positionen im Land, dann komm doch jetzt auf die Bühne und sag mir zumindest deine Meinung. Aber diese Auftritte, so Queen-gleich, so ein bisschen mit der Hand wedeln und sagst, ja, und dann wird halt die Urkunde übergeben und jetzt irgendwie, und dann hat, ich glaube, der bedeutendste Moment irgendwie die letzten zwölf Monate war, dass er dem Scholz sagt, wie er die Urkunde in die Kamera zu halten hat. Das war's. Genau, das war so ein bisschen menschlich, ne? Ja, und der Rest ist halt so ein studierter Kram. Den kannst du ja, den kann man ja, naja, so ein bisschen wie halt die Neujahrsrede oder macht er die Neujahrsrede oder die Weihnachtsansprache, man weiß es gar nicht. Äh, nee, die, äh, die, oh, jetzt kommst du. Eins macht der Kanzler oder die Kanzlerin in dem Falle. Nee, die Merkel hat über die Neujahrsrede gemacht. Ah, dann macht er die Weihnachtsrede. Ja, also ich finde, man könnte dieses Amt mal ein bisschen entstauben und man könnte ihm mal ein bisschen Gewicht geben und das tut er halt nicht. Er ist halt immer noch Außenminister, hat ja damals die SPD auch in die GroKo gedrängelt. Das war ja auch keine so ganz gute Idee, wenn man ehrlich ist. Also, ich, äh, hab nichts gegen ihn persönlich natürlich, aber ich kenn ihn ja gar nicht. Aber ich finde, als Bundespräsident, äh, mich lädt er ja nicht ein. Ja, noch nicht, aber wenn der Lechert endlich mal als, als Writer, als Head Writer entdeckt wird. Oh. An dieser Stelle, genauso wie du, äh, dafür, äh, habe die Ehre, mit dem Abseits-Podcast möchte ich sagen, checkt auf jeden Fall mal die Seite von Beppi Labell. Immer montags kommt ein neues Video raus, äh, da spielt Beppi, äh, eine Imitation von unserem Gesundheitsminister und text Joachim Jo Lechert. Unter anderem, also er schreibt auch, aber wir schreiben zusammen. Und die Dinge sind, also der Mann ist echt erfolgreich und der hat gute Aufrufe, also das sieht echt gut aus. Und das sind witzige Texte dabei, ich hatte das Video zuletzt gesehen von, äh, die verschiedenen Namen von, äh, von Corona oder was dann noch. Das war sein Text, genau, ja. Ja. Ach, das war sein Text? Das war sein Text, ja. Aber ein, ein guter Text. Ich musste schon... Ein guter Text, ja. Ja, ja, genau. Aber die anderen Texte, die du geschrieben hast, waren auch gut, ja. Also, es war auf jeden Fall, äh, sehr, sehr cool, sehr, sehr schön. Du meintest, ich sollte die nächste, die nächste Ansprache von Frank-Walter Steinmeier mal schreiben? Nichts anderes wollte ich damit sagen. Ah. Ja. Ich, du, ich schreib mal was und schick's ihm. Ich schreib mal was und schick's ihm. Weißt du? Liebe... Also, es geht mit Musikalität, glaube ich, er ist auch ein musikalischer Typ. Also, nicht so trocken, sondern vielleicht auch Sätze wie so irgendwie, hello, it's me, oder sowas. Meine Damen und Herren, liebes... Ja, so spricht er, so spricht er, ja. Liebes Volk, sind wir mal ehrlich, geht's uns nicht auf die Eier, auf die Klicker, die Murmeln, die Tippen. Du suchst doch eine neue Rolle, das wäre doch mal eine neue Rolle. Joachim, Jo, lächert alles. Rutscht mir dieses Corona die Ritze entlang, könnt ihr es auch nicht mehr verklosen, reden wir mal klar, sprech. Ja, so, halt mal, ne? Genau, und dann kommt Gerhard Schröder, ja, liebe Freunde, also die Russen, die sind gar nicht so schlecht, wie sie alle tun. Der Putin zum Beispiel, das ist ein ganz ein lieber Kerl. Ein lupenreiner Demokrat. Genau, der Fladimir. Der Fladi. Ja, aber... Übrigens hat mir sehr gut gefallen, das hatte ich noch gar nicht, das wollte ich noch erzählen, im Heute-Journal war es, glaube ich, lass mich kurz überlegen, war es in... Nee, bei den Tagesthemen, bei den Tagesthemen gesehen, da hatten auch die Medien darüber berichtet, dass die, äh, dass... Es gibt ja die Slomka, die sieht ja ein bisschen aus wie so ein Bond-Bösewicht. Die Slomka? Ja, mit ihren eisblauen Augen. Ja, die mag ich auch nicht so, die ist auch immer so krötig. Und wie heißt die andere nochmal, die andere Frau, die Tagesthemen moderiert? Slomka ist ja heute Journal. Und Tagesthemen gibt es Mioska. Genau, Mioska, genau, und er hat die... Und dann war so ein Corona-Experte, der hat aber, glaube ich, sechsmal Slomka gesagt. Und beim ersten Mal sagt er Slomka, das war zu schön, so ein Alter, so. Und er sagt irgendwie, ja, Frau Slomka, und sie sagt direkt, ähm, Mioska ist mein Name. Sehr schön. Und dann wirklich fünfmal in diesem Interview, ja, Frau Slomka, danke für diese Frage. Und das Ding war halt live, das konntest du halt nicht mehr rausschneiden. Und so kann es gehen, weißt du, Slomka, mein Name ist was. Und die haben ja nie live, also das ist ja wirklich, dieses Gespräch haben wir aufgezeichnet. Ja, ja, aber in dem Fall war, und das war dann plötzlich live, wo du sagst, da konntest du nicht mehr bearbeiten. Und dann sagt er, und dann hat vorhin gesagt, äh, ja, Frau Slomka, mein Name ist Mioska. Und dann irgendwie, ja, Frau Slomka, und dann denkst du, ach, lass den Vater reden, das hat keinen Sinn mehr. Habe ich sehr gut gefallen. So kann es gehen. Ja, und jetzt haben wir die, und jetzt, sehr, sehr schön. Und jetzt haben wir ja, jetzt haben wir ja die Frau Baerbock in Russland. Also, ich bin sehr gespannt, und ich finde es ehrlich gesagt gut, dass sie sagt erst mal, also sie mag keine Waffen in die Ukraine liefern. Ich finde, man muss mal verbal auch ein bisschen abrüsten, und ich bin mal gespannt, wie sie es macht. Also, verbal abrüsten, Herr Dr. Lepsen. Ja, na schon. Ich denke mir, es ist ja wirklich, Russland wird ja immer aggressiver, je öfter EU und USA Nein sagen, und vielleicht müssten sie einfach mal Ja sagen und sagen, okay, komm, bis auf Weiteres, lassen wir da erst mal die Finger von. Alles andere hat doch überhaupt keinen Sinn. Und ich finde dieses Säbelrasseln auf Kosten, also, dass ja einen Krieg provoziert ist, finde ich unverantwortlich. Und da muss einfach der Klügere mal nachgeben und sagen, okay, und ich sage mal, am Ende wissen wir doch, es sind solche Verträge, wenn man sagt, wir unterzeichnen jetzt, dass wir die Ukraine nicht in die NATO aufnehmen, sind doch das Papier schon lange nicht mehr wert, auf dem sie stehen. Also, sowohl für Russland sowieso nicht. Russland ist ja ein ganz unzuverlässiger Partner. Und dann würde ich es als EU und NATO doch auch mal unzuverlässig machen. Einfach sagen, jo, okay, wir lassen die Finger von denen. Und man muss sich ja nicht dran halten. Es hält sich ja eh international niemand mehr an Verträge. Aber ich habe jetzt auch gar nicht verstanden, also, was genau müsste denn die Ukraine machen, damit die Russen nicht angreifen? Weil das ist ja eigentlich nur eine Frage von Stunden, bis die die Ukraine angreifen. Naja, die Ukraine soll halt nicht in die NATO aufgenommen werden, weil Russland Angst hat, dass dort denn entsprechend Waffen stationiert werden und Russland angegriffen wird. Wobei, ich sage mal, die paar Meter Ukraine, ich verstehe es gar nicht. Also, wir haben doch Langstreckenwaffen. Also, wenn man Krieg führen kann, führt man ihn doch eh. Also, wenn ich Russland angreifen will, dann fahre ich halt in die Ukraine und schieße von da. Also, es ist halt, ich glaube, Russland will wahrgenommen werden, will als großer Player wahrgenommen werden. Ja, ja, ja. Und man will dann zeigen hier, wir haben die dicksten Eier und wir sind irgendwie... Ah, dann würde ich halt auch sagen, Putin, du hast recht, du hast sogar drei dicke Eier, Mensch, und wir nur eins, du toller Hecht. Und dann wäre doch ruhig. Also, ich verstehe das ganze Säbelrassel nicht. Und vor allem, wenn es da zu Angriffen kommt, es gibt einfach wieder nur Tote und niemand hat was davon. Kein Mensch. Also, bis auf, ja. Und ich muss wirklich sagen, obwohl ich, also, ich muss da meine Meinung ein bisschen revidieren, die Baerbock gefällt mir jeden Tag ein bisschen besser. Also, ich finde das schon, ich habe es jetzt zuletzt gesehen, glaube ich, gestern, also Tagesthemen und heute Journalberichte. Also, so optisch ist es schon, es ist nicht das Wichtigste in der Politik, aber es ist auch nicht das Unwichtigste. Also, optisch macht das schon einiges her und ich habe das Gefühl, sie wird von Mal zu Mal sicherer und in ihrem Auftreten, in ihrer Mic-Work und auch inhaltlich einfach eine klare Aussage. Also, zu sagen, wir möchten da, was hat, sie hat doch gesagt, irgendwie die Ukraine nicht mit Waffen beliefern. Genau. Ich meine, das hätte ich gelesen, dass sie sagt, das ist erst mal nicht zielführend. Und da hat sie doch einfach auch recht, dass das nicht zielführend ist. Und alle anderen sagen, oh, da müssen wir aber helfen, da müssen wir aber helfen. Aber, ja, was denn helfen? Es ist ja noch gar nichts passiert. Im Grunde ist das ja schon so ein bisschen eine Kriegserklärung und ich würde, ich würde tatsächlich, ja, ich würde da mal ein bisschen abrüsten. Ehrlich gesagt. Aber ich kenne mich da natürlich auch zu wenig aus. Verbal auch, was du gesagt hast, verbal abrüsten. Und zu sagen, es bringt, glaube ich, nichts, wenn die, wenn die Russen bellen, also man muss sich jetzt nicht verstecken, aber dann zu sagen, unsere Antwort auf das Bellen der Russen ist, wir beliefern die Ukraine mit Waffen. Das heißt, ich glaube, es könnte eventuell noch eine bessere Antwort darauf geben. Also, und vielleicht wirklich sagen, nee, wir bleiben dabei, wir möchten jetzt auch die andere Seite nicht irgendwie mit Waffen unterstützen, sondern ich glaube, die beste Möglichkeit ist, also gerade, wenn man an all die Zivilisten denkt, die es wieder treffen würde, tut uns den Gefallen, lasst es bleiben, wir setzen uns nochmal an den Tisch, aber es gibt an niemanden Waffenlieben, sondern wir wollen Frieden und wir wollen nicht, dass das wieder, also wir haben es zuletzt in Afghanistan erlebt, wer dann im Endeffekt da am meisten unterleitet, das sind halt die Zivilisten und die Kinder und so weiter. Naja, und scheinbar hat sich die Frau Baerbock da auch gut geschlagen und das sage ich jetzt nicht, weil sie eine Frau ist, sondern das sage ich, weil da sich so mancher Außenminister, ein Herr Maas, den fand ich, also ist ja auch nicht so toll von der Performance, aber da hätte ich auch meine Bedenken gehabt, weil so ein Lavrov ist natürlich auch schon ein Schwergewicht und die Russen lassen sich da ja auch nichts sagen und von daher, sie ist jetzt wohl nicht mit viel heimgekommen, aber immerhin gab es wohl auch keine Schelte und sie hat sich da bewiesen und ja, musste auch erst mal machen, weißt du, ich denke, für alle, die da meckern, ja, sprich doch erst mal mit einem Lavrov über solche Dinge, also das sind ja auch Themen, da musst du Ahnung haben, die musst du dir drauf geschafft haben, da musst du Standing haben, klar, die sitzt da vermutlich auch nicht allein und hat viele Expertinnen und Experten, trotzdem. Aber sie ist im Endeffekt der Kopf des Ganzen, also sie hält dann den Kopf hin und ist in der Öffentlichkeit und das ist im Endeffekt das, was wir gesagt haben beim Steinmeier, sie fängt auf jeden Fall an, sehr, sehr früh in ihrer Amtszeit Profil zu zeigen und da ist ein Konflikt und das ist ja ein richtiger Brocken, also wir reden von Russland und der Ukraine, also es ist jetzt nicht irgendwie das irgendwie Offenbach gegen Frankfurt, sondern da hast du wirklich was mit Bedeutung und das ist auf jeden Fall eine Feuertaufe und ich finde bis dato, also wie gesagt, man ist jetzt nicht bei den Verhandlungen dabei und bei den Gesprächen, Diskussionen, aber das hat mir schon ganz gut gefallen. Also wie gesagt, optisch finde ich es jetzt, finde ich es sehr, sehr, sehr professionell, sehr, sehr professionell ist auch, die Körpersprache hat sich ein bisschen verändert und auch das, was sie dann irgendwie kundgetan hat, da war weniger Wackler drin oder weniger, das war weniger wackelig, sondern das wirkte schon ganz ordentlich. Also ich drücke da auf jeden Fall die Daumen, irgendwie finde ich es so cool. Ich könnte mir vorstellen, das ist wie vor einem Fußballspiel, dass da schon Berater sind, die sagen, wie so ein Lavrov tickt, wie der verhandelt, was der für einen Kommunikationsstil hat, da werden Leute sein, die mit dem schon gesprochen haben. Ich denke mal, die geht da schon gut vorbereitet auch hin, also die wird da nicht drei Sachen zusammenpacken und sagen, mal gucken, was rauskommt, sondern da werden schon Coaches. Naja, aber bei den Kanzlaturellen dachtest du auch, sie ist vorbereitet und das sagt teilweise echt aus wie Krautenrüben oder wie irgendwie, der ist beim Messdienern die Kerze ausgegangen oder so. Du denkst, ei, 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 achso, das wirkt dir so ein bisschen unbeholfen. Naja, besser als der Laschet, was er an dem Mann. Der wer? Keine Ahnung. Obwohl der Laschet-Nachfolger, den finde ich ehrlich gesagt unfassbar tröge. Also wenn die SPD sich da ein bisschen anstrengt, glaube ich, kann sie den auch rauskegeln. Aber naja, gut, das ist ein anderes Thema. Der Freddy Merz. Mercury. Ja. Nein, das ist doch der Herr Wüst. Achso. Der Laschet-Nachfolger. Achso, ja, in NRW der Laschet-Nachfolger. Ah, okay, gerade. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Was halten wir denn von unserem, das offiziell, das Unwort des Jahres wurde gekürt? Ach ja, stimmt. Sag nochmal, Pushback. Pushback. Das Unwort des Jahres. Das heißt auf gut Deutsch, du kommst hier nicht rein, also, Entschuldigung, jetzt nicht mehr, da kann ich jetzt, also das quasi, dass man, man, man Pushback, also man sagt denen, die, den Flüchtlingen oder die, die quasi über die Grenze wollen oder ins Land einwandeln wollen, sagt man no und du darfst hier nicht rein. Also, Art 1 ist es deshalb das Unwort des Jahres, weil man nennt es auf Deutsch Menschenrechtsverletzung und Art 2 ist das Wort nicht so schlimm, sondern es zu tun ist schlimm. Insofern finde ich, da jetzt groß wieder rumzuspuren, oh, Pushback und Unwort des Jahres, das hört sich so an, als könnte man diese gravierende Menschenrechtsverletzung durch ein Unwort des Jahres irgendwie beschreiben oder so. und das finde ich fast schon so ein bisschen zynisch, ehrlich gesagt, denn es, das Wort, ja nun gut, aber es geht ja darum, dass diese Menschenrechtsverletzung, diese Abweisung von Hilfesuchenden, egal wie man dazu steht, aber wenn man selbst an so einer Grenze stünde und die Kinder sterben einem, was ja teilweise passiert, unter den Fingern weg, ist das Einzige, was einem einfällt, das als Unwort des Jahres zu küren, finde ich ein bisschen zynisch. Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum es dieses Unwort des Jahres überhaupt gibt, also wer braucht das denn? Ja, weil es Leute gibt, die das küren, das ist wie mit der STIKO. Die ständige, vor allem die ständige Impfkommission, hätte da nicht Impfkommission gereicht, die ständige Impfkommission, wir sind ständig am Impfkommissionieren. Die ICO sozusagen. Also das ist einfach Impfkommission, man muss ja auch nicht alles abkürzen, also wenn es keine Abkürzung gibt. ICO könnte man, Impfkommissionen. Das ist ja genauso, wenn du sagst, irgendwie der Vorname Steffen macht Steff. Nee, man kann sich alles abkürzen. Impfkommission, ja. Die ständige Impfkommission. Joachim sagst du, jo, das macht Sinn, aber sagst ja auch nicht Steff. Nee, sag bitte Steffen, möchte nicht Steffen heißen. Es gibt aber auch Steffens, die sich Steff nennen. Ja, aber denen ist auch nicht mehr zu helfen. Nee, also Unwort des Jahres, ja, warum braucht man es, warum braucht man das Wort des Jahres, das ist auch kein Mensch, warum kennt, warum braucht man das Jugendwort des Jahres, das kein Schwein kennt. Ich weiß es nicht. Wir beschäftigen uns halt auch nur noch mit Scheiß. Wahrscheinlich, weil sich halt keiner mit den wichtigen Sachen beschäftigen will. Zum Beispiel das tolle Buch von Juli C. Oh. Ja. Ah, an die YouTube-Zuschauer, so sieht es aus, und an die Podcast-Hörer, ich hatte gerade das Buch, die Kamera, ich bin mittlerweile, ich glaube das Buch hat... Neujahr. Neujahr, genau. Neujahr. Hat 190 Seiten, ich bin jetzt bei Seite 133, also noch nicht ganz fertig, aber also ich kann wirklich sagen, alter Schwede, wow, wow, wow. Es ist eine völlig, also eine in Anführungsstrichen 0815-Geschichte, das ist jetzt nichts, wo man sagen müsste, ja, also da geht es um Eheleute und Krach und Fremdgehen und Kinder, die das verdauen müssen. Aber mein Gott, sie schreibt es wie in guten Krimi, sie schreibt so gut, so tief, so deep, also wirklich dieses Buch, die anderen sind glaube ich auch fantastisch, aber Juli C. Neujahr, ich bin wirklich ganz, ganz schwer begeistert, ganz, ganz, lieber Joachim, noch mal Dankeschön, also eine großartige Autorin. Also dir wird sehr gerne und das Buch kenne ich noch nicht, werde ich mir zulegen und dir wird Übermenschen, wird dir 100% auch gut, 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 gut gefallen. Unterleuten ist ein unglaublich, auch unglaublich komplexer Roman, in dem auch viel passiert von der Story und spannend wie ein Krimi und sie hat zehn Jahre, glaube ich, dran geschrieben an Unterleuten, an Übermenschen, kann sie nur ein paar Monate geschrieben haben, denn es kam zu Corona raus und es geht über Corona. Also ich kann Juli C. tatsächlich die meisten Bücher von ihr wirklich empfehlen, es gibt auch das eine oder andere, da habe ich jetzt nicht so, also es schreibt sie einfach anders, aber das habe ich noch nicht gelesen. Aber Übermenschen kann ich auch nur sehr empfehlen und ich habe auch ein Buch, das kann ich jetzt nicht in die Kamera halten, der Gesang der Flusskrebse, das meistverkaufte Buch des letzten Jahres und Elke Heidenreich, die ich sehr schätze, sagt darüber, ein ganz wundervolles Buch, eines der schönsten Bücher, die ich in diesem Jahr gelesen habe. So toll. Ja. Aber ich bin jetzt gerade noch am Überlegen, welches Buch ich direkt nach Juli C. anfange, also ich habe das im Bücherregal, ist das echt so toll. Also ich habe ein Buch gelesen von hier bis zum Anfang, das ist ein unglaublich fesselndes Buch, hatte ich hier auch vorgestellt, glaube ich, und dieses Buch wiederum hat im Klappentext oder ein Literaturkritiker oder eine Kritikerin hat geschrieben, das ist nach der Gesang der Flusskrebse ihr zweites Highlight dieses Jahres. Und ich kann nur sagen, das ist ein ganz grandioses Buch, ein Thriller, der im Grunde anfängt, du denkst, naja gut, die Geschichte ist eigentlich klar, was soll passieren. Das hatte ich nach 60 Seiten, genau das Gefühl. Und da passiert bis zum Schluss passieren da Dinge, das ist unglaublich. Also du denkst wirklich, naja gut, die Story ist eigentlich vorgezeichnet, ist sie überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das hatte ich tatsächlich nach 60 Seiten, hatte ich das Gefühl, ja, ach ja, gut. Ne, das wird spannend, das ist ein richtiger Krimi, also das ist ein richtiger Krimi. Das ist doch, dass im Sumpf eine Leiche gefunden wird, war das nicht das? Es ist, es ist, da geht es um einen Häftling, der entlassen wird, also hat seine Haft, also seine Strafe abgesessen und er saß ein wegen des, er war verurteilt wegen des Mordes an eine, an ein Mädchen, dessen Schwester diesen Mord nie verkraftet hat und der wirbelt jetzt durch seine Entlassung dieses ganze Familienleben dieser Schwester, die noch lebt natürlich, durcheinander und ja, also die Geschichte nimmt ihren Lauf. Also er wird entlassen und der Umgang damit und all das ist ganz furios, sozusagen. Okay, also ich werde es mir auf jeden Fall mal, ich hatte jetzt noch ein anderes Buch, das hatte die Sandra bei meinem Amazon-Account, die Sandra mir heute bestellt und zwar, warte jetzt ganz kurz, da kann ich auch, genau, Glück ist kein Ort, Geschichten von unterwegs von Juan Moreno, Amazon das mal oder Google das mal, so sieht das Cover aus, hat mir irgendwie auf Anhieb gut gefallen und auch der Text oder die Inhaltsangabe, echt ganz cool, irgendwann im Oktober letzten Jahres erschienen und genau, als der Reporter Juan Moreno von einer seiner Auslandsreisen zurückkommt, sieht er nervös, die Drogen spüren da am Zoll, er ist sich sicher, nach Kokain gerade zu stinken und so weiter und so fort. Genau, also er hat so ein bisschen, ich glaube, er schreibt auch für den Spiegel und berichtet so von seinen Reisen, das klang auch ganz spannend. Sie hört sich auch spannend an. Es gibt so viele schöne Bücher, es ist wirklich, es ist wirklich sehr, ja, sehr spannend. Also, und ich merke auch immer wieder, ich habe natürlich immer mein Tablet dabei, beziehungsweise mein Tolino-Lese-Gerät und bin also bei Kindle und bei Tolino, aber ein Buch ist halt schon schöner. Also du meinst Print? Ein Print ist schon schöner. Es riecht, es fühlt, es hat Textur, es ist, man kann es in die Hand nehmen, man kann es blättern. Und wenn eine schöne Geschichte drin ist, ist es umso schöner, die Seiten anzugucken, die diese Geschichte zu beherbergen. Und es ist wirklich so, ich merke das jedes Mal, wenn ich ein Buch zu Ende gelesen habe, es ist so ein bisschen, ich sage Tschüss zu einem Freund. Es ist jedes Mal so, ich habe dann, also ein kurzes, jetzt kein, ich muss jetzt nicht irgendwie eh nomine Padre, aber es ist wirklich so ein Moment, wo ich sage, okay, wow, dieses Buch hat mich jetzt ein paar Tage, ein paar Wochen, je nachdem, wie ich Zeit hatte auch zum Lesen, begleitet und sieht dann auch dementsprechend schon ein bisschen zerknattelt und zerwusselt aus, aber irgendwie ist es wirklich so, wenn du dann das letzte Wort gelesen hast und weißt, du hast dieses Buch beendet, das ist wie so ein, als würdest du Tschüss zu einem guten Freund sagen und sagen, okay, also vielen Dank, du hast mich super unterhalten, ich habe wieder eine Horizonterweiterung gehabt und ich hoffe, dass du noch von einem anderen Leser entdeckt wirst, weil du hast das verdient. Du warst ein tolles Buch, toll, ich fühlte mich der Autorin sehr nah, die Geschichte hat mich bewegt, hat mich unterhalten, hat mich begleitet, begleitet in der Bahn oder auf der Arbeit oder zu Hause auf der Couch und das ist dann immer so ein bisschen ein Moment, wo ich sage, okay, vielen Dank, tolles Buch und ich muss dann echt am besten direkt das Nächste anfangen, weil sonst hänge ich dem alten Zuse hinterher. Ja, und so ein E-Reader schaltest du halt aus. Machst du Lampen aus, du überleckst, blöde. Du hast gesagt, nicht so Dialekte, die so Klischees sind, weißt du. Ja, ich habe ja eben ein, das ist ja sozusagen ein Dialekt, was du machst, ist ja ein Soziolekt. Oh, ja, aber bitte erkläre mir, in aller unerträglichen Ausführlichkeit den Unterschied wiedergearbeitet. Soll ich erklären? Ja, was ist denn ein Soziolekt? Ja, ein Soziolekt ist halt, weißt du, wenn man das so macht, dann denkt andere, ist irgendwie ein bisschen blöd oder so, weil nicht so gut ist. Ja, aber es gibt dem ja wirklich, das ist wie dem nur. Ja, aber wir leben in einer Zeit, in der man die Dinge, die es wirklich gibt, aber nicht mehr sagen darf, weil wenn man sie nicht mehr sagen darf, gibt es die auch nicht mehr, weißt du. Das ist wie mit dem Gendersternchen, wenn man gendert, gibt es keine Frauenungleichheit mehr. Ich hatte mich, leider Gottes, du hast da absolut recht, ich hatte mich leider dazu hinreißen lassen, in der letzten Absatzfolge, es ging um den Torwart Karius, der war ja mit der Tomala zusammen, mit der Jüngeren, also mit der Tochter Tomala, und da habe ich mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, also wenn du mit der was hast, musst du dich dann auch ganz körperdesinfizieren, muss man nicht bringen. Nein, das muss man nicht bringen. Nein, muss man nicht bringen. Das ist so ein blöder Macho-Spruch. Genau, genau, das muss nicht sein. Also da weiß man einfach, fürs nächste Mal rausschneiden und nochmal ins Internet stellen und sagen, das sagen wir nicht, das machen wir nicht. Ja, genau, aber ernsthaft, oder? Ja, ist so doof. Ja, ja, ja. Man muss ja, man muss, man muss. Was? Bitte. Man muss ja nicht jede und jeden schön finden. Ne, muss man auch nicht. Aber kommen wir zu, wenn es darum geht, zu sagen, ich sage, was ich denke und es mir scheißegal, wie der Rest reagiert, Rick, Ricky Gervais. Oh, was hat denn der gemacht? Ah, mein Hase. Fantastisch. Ich habe es heute weiterempfohlen, einer Freundin, die über WhatsApp-Gruppe einen kleinen Notruf gestartet hat, dass es ihr scheiße geht. Daraufhin haben wir sie alle angerufen und haben sie geknuddelt. Und ich habe gesagt, genau, schau dir, schau dir diese Serie an auf Flixbus. Ne, na, du weißt schon. Und dann, genau, dann geht es dir gut und es war so. Ja, also vielen Dank für diesen Tipp, lieber Stefan. Ich möchte nicht, und vor allem das ist ja auch Datenschutz, ich möchte, was die, was die, was die Freundin betrifft, möchte nicht ins Detail gehen. Aber wie geht es Tamara sonst so? Bitte. Bitte. Ich, ähm, ich weiß nicht, was du meinst. Ich muss diese Frage nicht beantworten. Nein, ich weiß es ja auch nicht. Ach so, ach so, gut. Nein. Ach so, nein, ja, das war ins Trübe gefischt und hat da, nee, es war Falsches Gewässer. Ach so. Ach so. Falsches Gewässer kenne ich mich auch aus. Ach, ich weiß, was du meinst. Ne, keine Ahnung. Ne, tolle Serie, also toll, es geht um Ricky, Rick Gerber, der in Deutschland leider noch nicht so ganz bekannt ist, wie er es verdient hätte, oder ein paar werden ihn kennen, aber und um die großartige Netflix-Serie Afterlife. Fantastisch. Ja, man kann, also, es ist, er hat, ich glaube, man kann den Grundplot verraten, er hat seine Frau verloren und stellt sehr bald fest in seiner tiefen Trauer, in seiner sehr tiefen Trauer, stellt sehr bald fest, dass es wenig lohnt, freundlich, aufmerksam und zuvorkommend zu sein, weil wenn man einfach sagt, was man denkt, und das ist in seinem Falle selten was Positives, hat man genauso viel Zu- oder Widerspruch und man fühlt sich selbst aber wohler und deshalb beschließt er in weiten Teilen einfach zu sagen, was er über Situationen denkt, in denen er ist. Und dadurch, dass er ernsthaft trauert, das wird auch dokumentiert durch entsprechende Erzählungen, nimmt man ihm das auch überhaupt nicht übel, sondern im Gegenteil, man denkt, eigentlich hat er recht. Weil das meiste, was er sagt, ist im Grunde auch zwar nicht höflich, aber wahr. Ja, ja, er formuliert es halt ein bisschen drastischer und er formuliert es mit Ecken und Kanten, aber also er sagt einem Fetten einfach auf eine fast schon unterhaltsame Art und Weise, dass er einfach fett ist, so. Und er macht da nicht Blümerant. Und da ist ja auch immer, ist ja noch mal Subtext immer dahinter zu sagen, wenn du fett bist, ist das auch nicht gesund und so. Und deshalb haust du dir so auf die Ohren und nicht irgendwie und verpackt sich noch schön. Und genau, er hat dadurch, dass durch seine Lebenssituation einfach den Punkt erreicht, wo ihm einfach alles egal ist. Und er will auch, versucht auch zweimal sich das Leben zu nehmen, also zumindest bis zur dritten Folge. Also so viel kann man schon verraten. Es geht ja gar nicht so sehr um das Storytelling, sondern einfach wie toll die Sprüche sind und wie geil er das spielt und wie herrlich, ehrlich diese Texte geschrieben sind. Er versucht sich zweimal umzubringen. Zweimal rettet quasi seinen Hund sein Leben, weil der halt bellt und auf sich aufmerksam macht. Und es ist aber ganz toll erzählt. Es ist ganz, es ist ohne Effekte erzählt und es ist einfach so eine bis dato so eine Grundmessage zu sagen, sag einfach das, was du denkst. Sei nicht politisch korrekt und lass alle Zwänge fallen, sondern sag den Leuten einfach, was du denkst und was du fühlst. Und dann hast du einfach einen Punkt erreicht, der dich total frei macht. Ja, es ist keine aufwendig produzierte Serie, sondern sie ist wirklich sehr, sehr ehrlich produziert. Und es sind immer so Halbstundenplots und es ist aus meiner Sicht keine Sekunde dabei, die langweilig ist, sondern es ist wirklich ein wunderbar geschriebenes Stück Geschichte oder Geschichten, also nicht Geschichte im Sinne von Historie. Eine wunderbar geschriebene Geschichten toll und unprätentiös. Also ich bin sehr begeistert und ich fühle mich in vielen Teilen verstanden. Und das darf man sich halt auch fühlen, weil man ihm das als Figur definitiv abnimmt, denn er trauert und er trauert ernsthaft. Also und diesen Spagat schafft er in seinen Dialogen und überhaupt in dieser ganzen Geschichte. Also man kann wirklich weinen, wenn man es möchte und man kann auch lachen, wenn man das möchte. Und beides ist angebracht. Genau. Und es ist vor allen Dingen auch nicht dieses, es hat nicht diesen faden, ekelhaften Oliver Pocher-Touch, weißt du, wo man sagt, das ist dumm. Das ist nicht intellektuell, das ist nicht clever, das ist dumm. Sondern du kannst auch auf eine gehobene Art und Weise ein Assi sein. Du kannst auch auf eine gehobene Art und Weise jemanden beleidigen. Und das, wenn du da ein bisschen Erfahrung mit Beleidigung hast oder mit einem schweren Charakter, dann hörst du da einfach raus. Der macht das jetzt nicht, um sich zu profilieren, sondern um den anderen mit einer Deutlichkeit zu sagen, dass er die Situation, wie sie jetzt gerade im Moment ist, nicht cool findet. Und also diese Serie ist wirklich absolut empfehlenswert. Bisher drei Staffeln, A6 Folgen, genau wie der Joachim gesagt, immer so eine halbe Stunde. Und es ist wirklich, also im Englischen könnt ihr es nicht gucken, weil das so ein britisches Englisch ist, da verliere ich. Aber also bis dato, ich habe jetzt die ersten drei Folgen gesehen, es ist wirklich, es ist einfach super unterhaltsam, es macht einfach richtig Spaß, weil der auch die Rolle so fühlt. Also der ist, ich glaube, der spielt sich auch ein Stück weit selbst, aber er spielt das so echt und so authentisch und so. Der hat so einen, so einen tiefen Hass in sich, aber zeigt auch liebevolle Seiten, zeigt auch gerechte Seiten. Also er ist trotz alledem ein gerechter Mensch, er ist ein ehrlicher Mensch, er ist ein guter Typ, aber er ist dann einfach gnadenlos direkt. Wobei Hass finde ich gar nicht, das ist so eine Verletztheit. Und diese Verletztheit versucht er irgendwie auszudrücken und da er das in Trauer offenbar nicht so kann, ja, guckt er schon, also lässt das schon an anderen aus. Aber es ist nicht, wie soll ich sagen, ist nicht so grundlos verletzt, sondern sagt halt im Grunde, ja, man muss es gucken. Ist Oliver Pocher eigentlich aus dem Gefängnis wieder draußen? Ich hoffe für alle Beteiligten nein. Er war ja nie drin wahrscheinlich. Genau, wegen seiner, ja, furcht. Ja, also auf jeden Fall gucken Afterlife. Toll, toll, ganz, ganz toll. Und ja, genau, also muss man auf jeden Fall gesehen haben, es ist wirklich unterhaltsam, macht wirklich Spaß und ist einfach eine schöne Serie mal ab von diesem ganzen, von diesen großen Sex in the City und Breaking Bad großen Erfolgen. Eigentlich eine Serie und ein Darsteller, der noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, weil es wirklich eine geile Serie ist. Ja, was ich jetzt natürlich die nächsten Male nicht gucken werde, ist das Traumschiff, logischerweise. Ja. Sorry, aber ohne Harald Schmidt mit seiner schlecht gespielten Rolle. Nein, mit seiner schlecht gespielt ist er gar nicht. Sie ist einfach, glaube ich, schlecht als Reiseleiter. Auf wo, Malta? Ist er nicht mitgefahren, weil es zu kalt war. Ja, genau. Weil es zu kalt war. Und er hätte mit den Produzenten vom ZDF in einer kuscheligen... Wenn es in wärmere Gefühle geht, wo es erst ist. Sehr schön. Ach, ja, also dann doch lieber Russland-Ukraine. Ja, und in Wahrheit munkelt man ja, dass er sich mit Djokovic trifft und mit Boris Johnson. Boris Johnson, geiler Typ, ey. Er macht's genau richtig, ja. So, ihr bleibt jetzt bitte alle daheim. Das ist wirklich... Und wir werden euch verhaften und bei Wasser und Brot. Und ich kann das mal feiern. Ciao. One beer. Jeden Freitag. Gut, dann bin ich jetzt aber am Feuern, wenn ich erwischt werde dabei. So, also, das ist wunderbar. Ich war nur 25 Minuten auf der Party. Ich wollte nur kurz Hallo sagen, dann bin ich ja direkt wieder reingegangen. Ach so, ja, alles gut. Ja, aber ich sag mal, wenigstens haben sie mit Gummi, ne? Ja, man muss... Es ist wirklich... Es ist eigentlich gar nicht witzig, sondern man muss drüber lachen, wie borniert diese Klasse so ist. Aber da müssen wir gar nicht länger drüber reden. Das hatten wir bei Djokovic schon. Wenn du reich und berühmt bist, hast du einfach andere Recht. Und wenn du erwischt wirst, sagst du halt dreimal Entschuldigung und viermal Entschuldigung. Und abgewählt wird er eh nicht. Und insofern möchte ich bitte nie wieder die Frage hören, warum die Menschen Politik nicht mehr so gut finden. Da hast du eine der Antworten. Ja. Ja, es ist wirklich... Ich wollte noch fragen, hast du, ich gehe mal schwer von einem Jahr aus, absoluter, meine Damen und Herren, bitte Applaus. Oh. Mal wieder ein absoluter Quotenrekord für, genau, richtig, den Tatort. Ja, ich habe ihn geguckt, obwohl ich eine Zeit lang den Münsteraner gar nicht mehr so gut fand. Und ich fand ihn ganz famos. Es war ein tolles Stück Unterhaltung. Und diesmal ja auch ein bisschen mit Tränen und so weiter. Es war wirklich ein richtig gutes Stück Unterhaltung. Der hat mir sehr gut gefallen. Ja, also ich fand den, ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht so tatortaffin oder auch nicht so erfahren. Ich fand den Liefers Weltklasse, absolute Weltklasse. Mir hat der Alex, Axel Prahl heißt der, glaube ich. Ja. Das waren, ich habe es ihm nicht abgenommen. Ich fand es irgendwie zu steif und zu immer dieses, ja, es ist in meinem Kopf. Das ging mir auch auf die Nerven. Das stimmt. Also das ging mir tatsächlich auch auf die Nerven. Es war mir ein bisschen zu viel Hysterie. Aber es hat natürlich genau das widergespiegelt, weil es ging ja, das darf man jetzt gar nicht so sagen, aber das stimmt. Das war mir auch ein bisschen zu laut. Ja, und ich glaube einfach, wenn du wirklich in so einer Situation bist, dann fühlst du das anders. Also wenn da was in deinem Kopf drin ist, was du nicht und du weißt nicht, was passiert da, dann gleich, ja, 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 ja. Aber, aber dieses Phänomen, dieses Phänomen findest du in deutschen Filmen ganz oft. Dass Schauspieler meinen, sie müssten ihre Verzweiflung in unglaublich großen Gesten dir darbieten. Das fiel mir in den letzten Filmen, die ich geguckt habe, auf, wo ich denke, also in einem Film ging es darum, da wurde ein Kind entführt und die haben da einen Mummenschanz, durchgeführt. Wirklich ein Geschrei, ein Gebrüll, wo ich denke, ja, aber nee, ehrlich nicht. Aber dann liegt es halt auch an der Regie. Das ist halt Aufgabe der Regie zu sagen, oder in Rücksprache zumindest zu sagen, guck dir das bitte nochmal an, das, was ich da mache, ist Bullshit. So kein Mensch auf dieser Welt, wenn der sowas hat in seinem Kopf drin und er weiß nicht, was da passiert, dann kein Mensch reagiert so, sondern das ist einfach, das ist Qual, das ist Schmerz, das ist irgendwie, aber nicht so dieses, wo hast du denn die Energie her, dass das alles ein bisschen albert warst. Das stimmt. Und das fiel mir aber, wie gesagt, in deutschen Filmen die letzte Zeit öfter auf, dass diese innere Qual zur Schau gestellt wird. Und ich finde, die große Kunst ist es ja immer, das in kleinen Gesten zu zeigen, so wie man es eben macht, weil das ist gut beobachtet, wenn man gequält ist, hat man nicht die Kraft zu schreien. Also wenn man, ja, also, ja, also da gebe ich dir recht. Und Liefers, ja, kandios. Also du hast das Gefühl, der genießt jede Szene. Da ist keine Szene dabei, die ist weggedreht oder die muss noch schnell irgendwo hin, sondern du hast das Gefühl, der genießt diese Rolle, wenn er in der Badewanne liegt und hört seine Musik und macht irgendwie so, und er ist so völlig mit sich und sein Auto und diese ganze, also da halte ich jetzt mal kurz an. Den Kollegen sage ich, kann ich helfen, liebe Kollegen. Geile Rolle. Also wirklich, das ist für mich, also 100 Prozent. Ja, das stimmt. Also das, der hat mir auch, der war sehr unterhaltsam, war eine gute Wendung, gut, klar konnte man nicht drauf kommen, war gut recherchiert scheinbar. Also ich habe noch nie was von dem gehört, worum es da geht, aber ganz, ganz voll. Gibt es das aber wirklich? Ja, ja, bestimmt, denke ich schon. Aber da hat der Tatort mal wieder, und vor allem sind die auch nicht so ernst. Du hast ja, sonst musst du dich ja nicht nur mit irgendwelchen zerstückelten Leichen, die in Nahaufnahme gezeigt werden, rumschlagen, sondern du musst dich ja noch mit den Problemen der Kommissarinnen und Kommissare rumschlagen. Die haben dann untereinander Probleme, die haben mit ihren Familien Probleme, die haben mit, was weiß ich, Telefonrechnung Probleme. Also du, tausend Probleme, zwischendurch kommt dann immer wieder mal so Ermittlungen im Fall. Und das geht mir ehrlich so ein bisschen auf die Nerven. Also stell dir mal vor, Derek hätte ständig über seine Beziehung gejammert, hätte doch kein Mensch mehr geguckt. Ja, das soll dann so ein bisschen menschlich sein und dann, das ist so eine Prise Schemanski, aber es ist halt einfach eine Prise zu viel, wo du sagst, ja, zeig, aber es darf halt nicht immer, da kannst du dich als Zuschauer auch dran satt sehen, zu sagen, oh, jetzt hat er wieder seine Bewehen und so, ich möchte eigentlich gern was Frisches, gib mir mal frisches Material und nicht immer irgendwie diesen aufgewärmten, wo du sagst, ah, das ist so ein bisschen. Aber, und muss halt dazu sagen, fast 15 Millionen, zum wiederholten Mal 14, irgendwas, also über 14 Millionen, das ist erstaunlich. Und im Übrigen dieses, es geht immer nur um die Probleme der Kommissare und jetzt hör doch endlich mal auf, da haben sie im Dortmunder Tatort, finde ich, einen guten Switch, also eine gute Wendung geschafft und haben den komplett neu aufgestellt. Also so kommt es mir zumindest vor, weil dieser Faber ja ständig noch um seine Frau getrauert hat und seine Tochter und nicht lieben konnte und, und, und 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 den Mörder seiner Tochter gesucht hat und ständig gab es Querel mit, mit seiner Partnerin und das Co-Ermittlungsteam hatte auch ständig Querel. Die, das haben die komplett aufgelöst und das finde ich sehr, sehr beruhigend, weil es ging, wie du sagst, irgendwann geht es einem auf den Sack, das ist mal schön, aber halt nicht ständig. Du denkst halt irgendwann, hey Leute, dann löst es doch mal. Genau. Also das ist so über 10 Folgen, über 20 Folgen irgendwie so eine Problematik mitgeschleppt. Irgendwann denkst du halt auch. Und es ist halt so eine Einfallslosigkeit zu sagen, ja, man kann auch mal, aber man muss jetzt nicht irgendwie zum 10. Mal die Beziehung zwischen ihm und seiner Tochter thematisieren und dann sagst du, ja, die hat Pubertät und das klappt gerade alles nicht so. Ja, aber es passiert nichts. Also ich erfahre als Zuschauer auch nichts Neues. Und insofern fand ich es echt, also ich fand, und natürlich auch, was mir super gefallen hat, war zum Schluss, dass du, das hat mir, also ich darf mal spoilern, Weltklasse. Das war echt so ein Wow. Aber da bin ich gespannt, ob sie es beibehalten oder ob es es nicht kann. Ich denke, wir sollten aber wieder beim Sie bleiben, oder? Ja, ja, genau. Aber wirklich so, also es war so schön aufgebaut, die ganze Story über und dann zum Schluss kommt echt dieser, dieser ganz, ganz kleine Zwischenmensch mit dieser Funken und dann, aus einem Groß und dann ganz, und dann plötzlich per Du. Und das ist, wow, okay, diese zwei Charaktere und das hat so ein, das hat so eine, so ein, so ein Eindruck hinterlassen und so eine Wärme, das ist, okay, das war, das war geil. Das war jetzt kein Knall, kein Bumm, 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 sondern, ja, dann duzen wir uns jetzt. Naja, es war, es war natürlich die, die finale Liebeserklärung, weil, weil es war ja dieser Zwist zwischen den beiden Gerichtsmedizin, oder der Gerichtsmedizinerin und der Gehilfin, die er ja immer ein bisschen despektierlich wegen ihrer Größe, Alberich nennt, eben aus, aus dieser Oper, den Zwerg. Und, äh, und, äh, Alberich, also, äh, seine Assistentin erklärt aber der anderen, die sagt, naja, der Börner hat doch überhaupt keine Freunde, erklärt sie doch, äh, er hat, äh, einen Freund, also, ähm, nämlich den Thiel, also das war ja schlussendlich die, die wirklich, die Liebeserklärung und man dachte doch, endlich kommen sie zusammen. Ja. Also, egal, wie es jetzt weitergeht, aber endlich, ja, beide sind ja so ein bisschen einsame Wölfe und endlich haben sie mal gesagt, ich liebe dich. Aber ich glaube, für den Verlauf, äh, wäre es gut, wenn sie direkt wieder per sie sind. Also, wirklich direkt in der nächsten Folge einen Satz und sagen, aber das war natürlich noch, wir sind natürlich wieder per sie. Ja, natürlich. Also, weil das ist, das ist natürlich ein, ein Kern dieser Beziehung, dieser Liebesgeschichte zwischen den beiden, dass sie per sie sind. Also, dieser Status und dieser Respekt von dann sagen, wir sind Buddies, wir sind Hobbies, aber das sie bringt uns näher zusammen als das du. Sehr gut, genau. Ja, das ist gut dober. Das du wär zu profan für diese Beziehung. Ja, ja, das stimmt, da gebe ich dir recht, ja. Ja, Mensch, dann haben wir es schon wieder. 7,5, also Wahnsinn, ich hätte jetzt noch, das können wir aber gerne uns fürs nächste Mal aufheben, Gottschalk und, äh, den Film, den du empfohlen hattest, aber den kann ich dann zum nächsten Mal gucken, Oh Boy, mit Tom Schilling. Ja, hast du geguckt? Nö. Noch nicht, nee, aber würde ich dann auf jeden Fall nachholen. Ja, mach mal, das ist ein wirklich, äh, ein spannender Film, um den ich mich lange gedrückt habe. Und wir planen, äh, das kann ich vielleicht dann auch berichten, mal wieder ins Theater zu gehen, natürlich 2G Plus. Und zwar feiert am Freitag in der Katakombe in, äh, Frankfurt ein Stück Premiere und zwar Judas, heißt es. Und das ist ein Solo, äh, gespielt von Kevin Silverdingdo. Ich, äh, ich, äh, ich hole den reichen Namen nach und da bin ich sehr gespannt, also ein 2-Stunden-Solo Judas, ähm, in der Katakombe, das ist natürlich, äh, für den Spieler erstmal unfassbar anstrengend, äh, aber für den Zuschauer vielleicht echt sehr, sehr spannend, äh, ein Monolog. Ich bin sehr gespannt, ob das, äh, alles klappt und ob wir dann da wirklich hingehen. Also wir haben jetzt schon die Karten gekauft und ich hoffe, das ist toll, 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 dass es stattfindet und so. Äh, dann werde ich davon nächste Woche mal berichten. Ja, bin ich sehr gespannt, vor allem ist die Katakombe schon sehr anstrengend. Ja, war ich schon mal drin, ne, war ich schon gar nicht drin. Das ist doch die Defektion da, oder? Ja, hat ihren Namen zurecht, aber ich bin sehr gespannt, wie es dir gefällt. Ist das so Kellerverlies? Ja, so ein bisschen. Ah, okay. Ja, so ein alternatives Theater, aber man kann auf jeden Fall hin, also ich war da schon zwei, dreimal, äh, alles gut. Ich bin sehr gespannt, was du berichtest. Wacht, eigentlich die Natascha. Ja, gut, Hase. Gut. Vielen Dank. Ich sag vielen Dank an meinen, Entschuldigung, an meinen Gast natürlich, der mich eingeladen hat, ihn einzuladen, Steffen Herzmann, und ich nehme deinen peinlichen Partner ab und vielen Dank an mich, dass ich teilgenommen habe, finde ich klasse, schön, dass ich da war. Der wunderbare, oft kopierte und ziemlich oft erreichte, äh, nie erreichte Joachim Jornetschert, bitte bei YouTube, könnt ihr mal reinschauen, aber vor allem als Podcast hören. Hase, vielen Dank, nächste Woche, äh, Dienstag, Mittwoch, ja, können wir nochmal quatschen. So machen wir's. Vielen Grüße in den Odenwald und bis dann, Hase. Und liebe Zuhörende euch, äh, einen schönen, wo auch immer und wann auch immer ihr jetzt seid. Tschüss, tschüss. Vielen Dank, liken, teilen, abonnieren. Bis dahin. Ja, danke. Tschüss. Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Lettschert.